keine ahnung was der raum zu bedeuten hat okay jetzt nischt das ist auch schon sehr beruhigend hier waren ja die beiden komischen und so warum sind hier immer so eine scheiß kamerasicht gedings ist das ist doch kacke ich dachte hier kann man ein bisschen voll cool rumrennen und so aber ich sehe hier nix das ist kacke ich kann die kamera auch gar nicht drehen also das ist natürlich wie eh und je hoppala und da habe ich schon wieder 4000 verloren weil man ja auch leider als blöder muschikopf hier kein laserschwert hat und die dinge nicht abwehren kann oh ich wollte es noch danke gut schieben kann man natürlich auch ach ja müssen wir anscheinend mal aufbauen und dann war es das Hilfe nicht zu weit hä ach so haha so dann einmal aufbauen bitte vielen dank noch den scheiß einsammeln bitte vielen dank da unten liegt auch noch ein bisschen was rum das ist glaube ich unten denke ich mal ich habe keine ahnung was das sein soll aber ich denke mal das ist der Kragen auch ein bisschen eingebildet oder die alle Troller ähm ansonsten moment wo gibt es den anderen Bullshit her hm hm bestimmt aus diesem Kack und ich habe hier leider keine Bomben oder irgendwas zumindest wüsste ich nichts davon äh nee nee hm ach ja ich drücke immer doppelt was aber nichts bringt hey ich hasse Blumen ich bin ein Blumenhasser gut okay dann eben nicht Mann oh Mann dann gehen wir hier lang und sammeln das Ding ein das erinnert mich voll an Gott auf wenn man den Weg nicht zurück geht dann äh findet man das Ding nicht hm das ist ganz oft bei God of War so da kommt man irgendwo raus und sollte man dann sollte man am besten nach hinten gehen weil sonst äh ey ey ich bin da im Headshot Headshot yeah die Viecher sind auch nicht wirklich schlau ne also schlecht programmiert sagen wir es so die Typen die Teile sind äh so hohl und rennen die haben Fernschlusswaffen und rennen noch auf einen zu gut ich auch aber boah lag zum Glück ist der lag recht fix immer wieder weg ey danke Mann ich will wieder ein Laserschwert das ist auch scheiße ich raps nicht warum kann man mit so wie kann man mit so einem Typen überhaupt spielen ich hasse sie äh äh wir springen einfach mal runter aber angebotig hier rein und da ist unglaublich viel nicht ähm keine Ahnung wo ich lang muss da könnte ich lang da muss ich lang und da höre ich auch schon die Laserschwerter pumpen äh zischen das freut mich auch schon aber erst noch von mir unten hin äh jetzt komm sammeln 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 so und ah ja ausgezeichnet zack boom so Hilfe nein wollte ich gar nicht nein ähm richtig oder ist das da ich muss kurz gucken einen Augenblick bitte so ich kam doch gerade von irgendwo hier drüben gab es da auch einen kleinen komm ich hier irgendwo runter kann ich hier irgendwas kaputt machen kaputt machen Hilfe wow ne ich komm also ich komm runter aber leider nur tot okay das waren ja wieder ein paar tausend die ich verloren hab man okay so dann wollen wir doch mal wieder zurück hier geht leider gerade nix das heißt da komme ich wahrscheinlich erst später hin ich kann nochmal kurz gucken ob man da irgendwas schon sieht aber da sehe ich leider nichts okay vielleicht hat das noch was damit zu tun ne gut werde ich vielleicht später noch dann irgendwie sehen vielleicht auch nicht vielleicht bin ich einfach zu wild und ich könnte da jetzt schon hin hallo boah endlich ey ich liebe es ja boah um das mal erwähnt zu haben ne groß toll kommt ja richtig viel raus egal das ähm lohnt sich trotzdem auch äh klein viel macht Mist so so dann hier hinten einsammeln und so weiter und so fort mal schauen was uns jetzt hier erwarten wird alles so so nehmen wir mal eben Königin Amidala stimmt das ist ja gar keine Prinzessin das ist ein Königin oh äh 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 ist hier sonst noch was ne was ist denn der Bullshit mit mit ja nix aller nix bringt das ja äh hier hätten sie aber ruhig schon das ähm dieses Dreieck halten beziehungsweise y halten äh und dann so hoch äh so 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 Dings aussuchen hätten sie ruhig schon verwenden können nichts rein gar nicht ey wow hab ich euch gefistet ne ach ja das ist ja Macht scheiße ich will den genau hier gibt's ach ja genau den hier sowas in der Art gab's bei Lego Parts of the Caribbean und äh hier gibt's halt noch diesen Supermove der halt noch so einen Rundumschlag hat so vor wenn man das vielleicht so ein bisschen sieht ähm ansonsten ich werde wahrscheinlich auch immer mal zwischendurch noch sagen ja das gab so bei Lego Parts of the Caribbean bla 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 werde ich immer wieder erwähnen weil es einfach logisch ist dass man das vergleicht logisch eigentlich ne das ist logisch ist äh immerhin sind das so ziemlich die gleichen Spiele nur eben mit anderen äh mit anderer Kulisse wobei zwischen dem zwischen Star Wars und Lego Parts of the Caribbean ne ist schon ein riesengroßer Unterschied also eigentlich ist das sind das eigentlich zwei komplett unterschiedliche Spiele nur eben mit äh dem gleichen Dings hier halt Lego ne das ist eigentlich das einzig das einzige was hier ähm einigermaßen gleich ist ansonsten ist eigentlich so gut wie alles anders naja eigentlich nicht aber ok viele viele Sachen sind anders aber einige Sachen sind eben auch gleich so zum Beispiel das Geld ist gleich ähm Spielmechanik ist gleich nur halt viele Sachen wie ähm Fähigkeiten sind komplett unterschiedlich ähm äh 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 Vielen Dank.